Hier ist der Silencer oder Silo oder Christian für die guten Freunde. Ihr kennt vielleicht diesen Charakter, da habe ich mich mit ausgeloggt, wo mein Team-Mate von dem Cheater kaputt gehauen wurde und jetzt habe ich ein paar Clan-Mates bei dem Flugzeug und wir wollen uns jetzt treffen, dann schauen wir einfach mal was so geht, hier da hinten sind die Leute da hinten in dem Flugzeug und ich werde jetzt erstmal zu ihm hinrennen. Ja, hört man im Let's Play, du hörst auch die TS an. Ja, man hört dich jetzt gerade, du bist gerade berühmt. Hey! Manche endlich mal zwei Minuten auf Fame. Ja, meine sieben Abonnenten bis jetzt, die werden... Ja, ich abonnierst dann natürlich auch, dann hast du schon Achtung. Ja, ey Achtung! Das ist sicher ein Youtube-Account schon. Ja, also ich bin, wie ihr das gerade jetzt schon gehört habt, mit dem Charakter, mit dem ich hier hinten bei dem Flugfeld ausgeloggt bin, habe ich mich jetzt nochmal eingeloggt, da hinten am Flugzeug. Das ist ein Clan-Mates von mir, ich versuche jetzt mehr oder weniger still und heimlich an dem Airfield vorbei zu drücken und dann zu meinen Clan-Leuten zu kommen. Das wird, denke ich mal, jetzt nicht ganz so spannend sein, aber wir werden trotzdem die Augen offen halten. Das ist immer mal wieder nett für irgendwelche Spieler, die hier lang laufen. Ich habe Sperrungen und ich habe einen Large-Backpack an und eine krasse Sniper und einen Hammer-Hand. Brauchst du irgendwas machen willst oder so? Ja, hier liegt Loot. Oh, Can of Two, ne? Wow! Ich habe keinen Platz mehr dafür. Aber ich muss eh was essen, warte mal. Braucht ihr ein Medium-Backpack? Denk ich mal nicht, ne? Ja, wir haben Large und Alice. Alles schon den irgendwelchen Leuten abgenommen. Geil. Ja, so ein Alice-Backpack bräuchte ich dann auch noch. Hab ich auch noch keins. Stimmt, wir haben sich ja Bandits abgenommen, sogar. Ha! Ihr habt mega die gute Tat vollzogen. Ich hab den Moe auch selbst los, die M16 mit dem C-Mack-Deal. Ja, aber du AKM-Lieboschieß. Das Ding. Das ist wohl wahr, ja? Ja, ja. Ja. Yippie! Aber du kannst mir die eigentlich geben, dann schieße ich mit der rum. Weil da ist ja wesentlich mehr Munition drin. Spaß, wieso? Ne, behalte sie. Ne, ne, ist doch Spaß. Ich hab ja nur fünf Schuss in der Sniper, ne? Ja, eben. Also gehen wir jetzt mal zum Flugzeug. Wie sehe ich das? Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen erkältet noch hier. So, wir gehen jetzt hier an der Fex-Lamblock. Einfach, dass wir uns so ein bisschen tarnen. Ist das eigentlich mit den Vor-Zielen und so? Spiel das... Spielt schon eine Rolle, ne? Meinst du das Vor-Halten? Ja. Ja, ja. Ich hab jetzt auch nicht so viel damit geschossen ist. Ja, ja. Und auch so ein bisschen drüber, also auf lange Distanz muss auf jeden Fall ein bisschen drüber halten. Okay. Ja. Wieder so Glitch-Felsen? Nein, naja. Ist ja alles voll mit Glitch-Felsen. Glitchi? Ach, solche Felsen, okay. Gut. Geil. Ich hasse das Vor-Zoll. Wenn ja wenigstens ein mega geiles Loot da drin wär, also. Weißt du, es ist einfach nur ein Himmelfahrtskommando für eine Dose schenken. Eine Dose schenken. Richtig. Habt ihr irgendwie ein Ziel, wo ihr genau hin wollt? Nö, nö. Wollt ihr hier so lockerflockig irgendwo hin? Ja, wir wollten zum Flugzeug. Okay. Flugzeug. Stehen wir davor, was sollen wir jetzt? Flugzeug. Nix. Irgendjemand meinte, dass das in den Turbinen ein Waffenswurner war. Aha. Naja. Gerüchte, Gerüchte. Zombie-Algro! Geh mal ins Flugzeug rein. Ja, okay, okay. Oh, ich glaub ich find Bandagen. Yeah. Also was Snake und ich machen wollten, wir wollten uns halt oben ins Cockpit reinsetzen. Also da vorne. Vor dieser Kammer. Und dann halt raus-snipern. Und dann wurden wir ja direkt weggeballert. Habt die Fläche im Video gesehen. Ja. Ich guck jetzt mal was hier ist. Aha. Ah, Bandung. Ah. Hm, Bandung. Eine kurze Freude. Ja, hier ist Zeug drin. Also Panke, das ist vor allem. Sondagen. Mal ein bisschen gucken hier. Da sind Zombies. Hallöche. Da rennt aber auch niemand rum, ne. Das ist, äh. Ja, da, so. Gucken wir mal. Doch, du musst übrigens seine Let's Plays mal nicht Let's Plays nennen. Doch, damit kriegst du mehr Views. Wie meinst du das? Wenn sie was sie hacken. Ja, da gibt's ja halt unseren Titel, was ist ich, wo sie, äh, Field Raid plus das und das oder so. Keine Ahnung. Mach doch doch mal Let's Play. Ja, ja. Ja, ja. Let's Play steht aber vor. Ja. Ja, weil Leute, die in Let's Play sehen wollen, suchen noch nach Let's Play dahinter. Wow. Wer ist ja mal aufs Dach geguckt. Das ist ein Dach gerade glitsch. Warte, ich halte dich. Ich hab mal da. Warte. Ja. Noch mal. Ja, reicht. Voll aus Dachy Glitsch, ey. Was gemacht? Oh, Mann. Man muss hier bloß, äh, hoch springen hier an der Seite. Meine Freundin ruft an. Ich warte mal kurz. Aufs Telefon. Hehehe. Hallo. 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 Hallöchen. Bitte, bitte. Wo seid denn jetzt? Seid ihr wieder runter? Der Mo steht da oben noch und ich geh gerade einfach in die andere Hälfte vom Flugzeug. Ach, da bist du ja. Durch dieses Zwielicht hier sieht man die Leute so schlecht. Ich weiß nicht, wie die Leute jetzt hinkriegen 50 Schläge für einen Zombie zu brauchen. Ja. Ja. Ziemliches Rätsel. Jetzt brauche ich hier so 15 oder so. Oh, Geld, Geld, Geld. Oh mein Gott, Geld, Geld. Oh mein Gott, Geld, Geld. Kaputt. Kaputt. Alles ist kaputt. 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 So. Ah ja. Das ist das abgestützte Flugzeug. Wo ist der Schruppel? Ich sehe ihn schon wieder nicht. Tadaa. Ne, jetzt kommt er dir. Ich wollte gerade einen voll heroischen Auftritt durchs Fenster machen, oder? Ah, du bist doch so heroisch. Mit deinen Oberarmen, ey. Ah! Ne Flashlight. Ach guck mal, hier hinten kommt man auch durch. Das ist auch interessant. In der Mohn dahinten. Wo hattet ihr die Bandit nochmal aufgeknüpft? Wo wir die gekält haben. Ja. Wo? Jo. Okay. Hab ich gehört. Jetzt geht's ab hier. Wurdest du angeschossen? Ne, ne. Ich hab das nicht getroffen. Ich hoffe nur der Mohn lebt noch. Okay, ich leg mich mal hin und... Alles könnte ne... Das müsste ne Mauser gewesen sein, oder? Oder ne M-107. Jaja, auf jeden Fall was snipermäßig ist. Ist schlecht. Auf jeden Fall so rechts, aber... Oh, toll. Muss aber nicht heißen, dass der Schuss uns gegolten hat, weil es... Ne, ne, ne. Kann auch deine Ortschaft gewesen sein. Oh, jetzt wird's spannend. Ah, in der Ortschaft, ähm... Inferior Junction, da haben wir die... Achso. Achso. Ja, noch seh ich nix hier. Ja, ich weiß nicht, also... Steh ich eigentlich jetzt gar nicht drauf, dass ich mit meinem... Typen jetzt hier gekillt werde. Ne. Ist schon geil. Weil so Mauser und M4 und Pistole und... Aber für euch auch... Ist vielleicht unser Ohr nochmal. Ja, der bewegt sich aber weiter nach rechts. Ja, ne. Mane ich auch gehört zu haben. Das, ähm... Wenn er uns jetzt auf jeden Fall aufs Korn genommen hätte, hätten wir jetzt hier auch irgendwie einschlagen sehen oder hören. Ja. Nur... Ich bin mal hinter dir, auch außerhalb im Flugzeug. Ja, okay. Ich gucke hier durch diese Luke durch noch. Und hoffe, dass er mich nicht so gut sieht. So, wieder da. Ja, hier, wir werden grad beschossen. Oder zumindest hören wir Sniper-Schüsse. Bring deinen Charakter mal in Sicherheit. Ein Charakter in Sicherheit. Lebt der denn noch? Guck mal. Also... Grad kam ein zweiter Schuss. Ja. Lebt der noch? Ich bin hinter dir jetzt, Schubbel. Ja. Wo seid ihr denn? Vom Ausgang her von dem... Rechts... Rechts... Beim... Genau. Rechts bei dem nächsten Wrack. Von der Seite. Er ist auf dem Hügel gegenüber, glaube ich, irgendwo. Er könnte auf die Superior Junction schießen. Mhm, genau. Aber ich glaube kaum, dass er auf den Spieler schießt. Dafür kommen die Schüsse zu selten. Kann sein, dass er einfach nur Schussübungen auf Zombies macht. Man weiß es nicht. Aber auch sein, dass da viele Spieler sind. Also die Schüsse gingen nicht auf euch, oder was? Ne, ne. Sollen wir mal rüber? Gut, warte, dann komm ich runter. Und ich dachte, die kommen auf euch. Deswegen bin ich jetzt ein Stück weiter reingegangen. Ins Wrack. Ja, dann lass doch mal auf die andere Seite gehen, oder? Da hinten ist nix. Ich glaube, ich komm jetzt raus. Rennt ihr da gerade unten rum? Ja, ja. Wir beide. Ich geh hier durch die Bäume. Ich spiele Köder. Ich spiele Köder. Oh, ein Zombie-Agrod. Äh, so. Ich seh keinen mehr von euch. Ich bin... Ich bin bei diesem Eisland. Ich bin rechts bei diesen Bäumen. Ich bin rechts neben dir. Oh! Oh! Ich wurde hier... Ich hab den Schuss gesehen. Tot? Ne, vom Hügel aus. Ja, ja, ich hab den auch gesehen. Bist du tot? Ne, ne, der ist bei mir vorn am Baumstamm aufgekommen, der Schuss. Ich lege jetzt hier hinter so einem Baum. Bo, hast du einen Sniper? Ja. Guck mal. Ich weiß halt nicht, wo er ist, ne? Ja, auf dem Hügel sind doch ganz links zwei Tannen. Äh, zwischen diesen beiden Tannen liegt er irgendwo. Okay. Ja. Aber ich... Ich versuche auch unterhalb mal von diesem Baumstamm zu gucken. Das Blöde ist, wenn er weiß, dass ich da bin, wird er das... Er wird mich schneller sehen, als ich ihn. Da, wo du gerade stehst, sieht er dich nicht an dem Baumstamm oder was? Ne, ich bin am liegen gerade. Ne, ne, ich mein... Da, wo ich stehe, sieht er mich nicht. Ne, 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 ne. Ach so, dann gucke ich gerade auf die falschen Tannen wahrscheinlich. Ich hab ja richtig schön den Schuss vor mir aufkommen sehen. Und, und, ähm... Ähm... Na, diesen Blitz beim Schießen. Ja, das hab ich auch gesehen. Lauf mal ums Flugzeug hier, um das Rack rum. Boah, ich... Ich würd echt gerne versuchen, vor dem Baum herzuluken, aber... Wenn er mich jetzt die ganze Zeit visiert... Ja, ich würd echt gerne versuchen, da rüber zu rennen, aber... Ich glaub, ich... Ich muss über die Straße rennen und dann sterbe ich. Ja, hm... Mir ist das echt jetzt gerade hier ein bisschen zu gefährlich, auch wenn ich jetzt wegrenne. Mal gucken. Ich könnte aufstehen und einfach nach hinten rennen. Ich glaub, ich hab so viel Zeug hier an Bäumen. Hinter dir so ein Baumstamm in groß. Ja, genau. Ja, genau. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo ihr das Problem habt, weißt du? Also, wo der Typ jetzt genau ist. So, ich bin jetzt hinter dem Baumstamm. Ist er geschossen? Nee. Hab nix für mich. Ich hab nix für mich. Ich bin vielleicht auch nicht geschossen und der Schuss ist zu fällig vor dir. Kann auch sein. Ich... Ich lauf jetzt erstmal nach hinten hier, zu dem Drack wieder. Jetzt bin ich in der Kuhle, unter dem... Ich hab hier ungefähr die beschissenste Position. Ey, hier kommen so viele Kack-Zombies auf mich zu, ne? So viele Zombies ja arg rot hier. Ah, hier sind doch auch mega viele. Ich bin jetzt wieder an der Fracköffnung, wo wir vorhin hochgegangen sind. Ja, ich bin... Ja, ich bin rechts hier. Guck mal, einmal bitte. Rechts. Ja, mit dem Hammer hier rechts. Ah, ja. Ja, ja, ja. So, und wo muss er... Ja, warte mal. Wo soll der jetzt noch mal sein? Richtung... Nordösten? Wenn du eigentlich nur das zweite Frack so verlängerst, dann so ein bisschen nach links da, auf dem Hügel. Och, dann steh ich hier ganz schlecht. Hm. Mhm. Du hast ein bisschen zickzack, dann muss ich... Ich seh dich, ja. Ja, genau da. Einfach zu den Bäumen, ja. Ja. Lass du jetzt rüber oder zu uns? Weiß nicht. Ja, er läuft da bei den Bäumen parallel. So, jetzt bin ich beim nächsten Baum, stimmt? Ja, ich glaub, ehrlich gesagt, er ist weg. Aha. Okay, ja. Ich sehe nix, höre nix. Oh. War schon sein vierter Schuss, ne? Ja, genau. Der hat nur mehr... Wenn's ne M107 war, dann hat der nur mehr einen, weil die Dinger zum Schuss und Munition gibt's doch hier noch nicht. Was ist der M107, ja? Also, ich glaube, es war eine. Mauser hört sich anders an. Du 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 du. Ja, ja, ja. Äh, wollen wir denn mal hier Richtung... Nordwesten laufen? Bis hier, bis wir an dem Rand an der Hügelkette hier sind und dann weiter nach Norden? Und zwar wieder treffen, oder wie ist das? Das war jetzt schon ein ganz kleiner Schock. Hinter uns ist ja nur noch das Flugfeld, ne? Weiß ich nicht. Ziemlich spannend hier auch gerade. Ja, hinter uns ist das Flugfeld, da brauchen wir auch eigentlich nicht hin. Ja, dann... Wohin gehen wir jetzt? Ferngläser braucht ihr wahrscheinlich nicht, ne? Der hat hier... Bei dem... Bei dem Frack, wo wir drin waren. Ja? Äh... Hoch an der... An die... An die Felsrand und dann genau da... An die Felsrand und dann genau da... An die Felsrand und dann weiter Richtung morgen. Ja. Uh, jetzt wird der Sound hier grad ein bisschen lauter. Uh! Also muss ich... Okay. Was? Ich bin jetzt einfach wieder wie blöder. Ja, das ist... Ich muss halt einmal übers offene Feld laufen, lady. Wie so ein Hase. Lauf einmal quer rüber. Ja, machen wir jetzt ja auch. Schöne Soundpaxi. Aber hier, die Sonnenstrahne sind ganz cool gemacht. Ja... Das ist jetzt hier auch... Grad eigentlich ein bisschen komisch, dass wir da den Sniper gesehen haben. Und dass er uns jetzt einmal beschossen hatte und jetzt auf einmal nicht mehr. Ich denke, das ist wirklich so, dass die M107, also diese große, dicke, fette Sniperwaffe, die ihr auch noch aus anderen Spielen kennt. Ach ja. Dass die dann jetzt nur noch einen Schuss führen hat und dass er sich einfach zurückgezogen hat. Vielleicht war das vorhin auch einfach nur ein Warnschuss, um sich zurückzuziehen. Von dem Typen. Weißt du, so Leute machen sowas? No. Ich weiß nicht. Wenn er wirklich nur noch einen Schuss hat. Hm. Ha. Steckst du nicht drin. Das ist ja auch... Die kleine Stadt. Gucken wir mal... Vielleicht sind da ein Spieler von hier oben. Da hinten ist schon ein Häuschen. Aber ich sehe bis jetzt noch nichts. Du 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 du. Ja, also die meisten... Wollt ihr doch vorhin schon drinnen schrubbeln in dem? Die meisten Leute, die zum Flughafen oder zum Flugplatz wollen, die gehen halt da vorne durch. Bist du sicher? Ja. Nee. Doch. Echt? Bist du sicher? Nee. Doch, ja. Oder warte mal, war das Whitestone Mountain? Nein, das war hier nicht. Oder? Also ich... Ich lieg jetzt oben am Berg. Kann eigentlich alles ganz gut einsehen. Also bin ich der glückliche der runter darf, da ich kein Sniper habe. Ich komm mit dir. So, durch dieses leichte Zwielicht kann man Leute jetzt schwer erkennen. Muss man zweimal hingucken. So, jetzt bin ich auch schneller. So, ich werde jetzt die beiden von hier oben spotten. Ich werde versuchen, wenn ein Spieler da ist, den abzuschießen von hier oben. Da ist natürlich nicht so super die Position. Da hinten auf dem Hügel soll der legen haben, oder? Ja, ja. Ja, der ist sicher schon weg mittlerweile. Ja. Weil sonst hätten wir spätestens jetzt einen Schuss gehört. Weil jetzt sind wir voll auf der Fläche. Ja, denke ich auch. Wie soll ich aber irgendwie noch nicht? Vielleicht haben wir Eingang. Ah, ja, da. Nee, nee. Der Hügel eigentlich. Schubbels kräftige Oberarme, die glänzen von hier oben so. Die glänzen natürlich von hier oben. Schön safen. Gucken. Gucken, ob keiner guckt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wichtig ist. Aber in diesem kleinen Supermarkt ist ein Zombie halt einfach durchmarschiert. Ich denke, das war kein Angriffslauf, aber trotzdem. Ich kann jetzt bis jetzt nichts sehen. Kann sein, dass da vielleicht ein Spieler drin ist. Der Supermarkt. Oder dieses, nee, dieses Gebäude, wo dieser Feuerwehrwagen davor steht. Post Office ist schonmal hier. Ja. Und Medium Backpack. Nee, der Zombie ist jetzt rausgegangen. Ja, da wird es wohl keiner sein. Ja, keine Ahnung. Jemand, Bus. Jemand zum Supermarkt. Ja, das ist ja. Und? Oh, lecker. Ich kenne Leute nämlich nicht mit. Äh, Bus ist nix. Genau, hau die Zombies mal schön kaputt. Ich habe so das Gefühl, dass der Typ, der von uns auf uns geschossen hat, der hier drin war. Ja. Okay. Gibt es nicht wirklich viel. Ja, ich gucke auch immer hier die Hügelketten hinter der Stadt ab, aber... Erstens ist es schwer zu erkennen. Und zweitens kann der dann echt überall sein. Oh, wo bist du? Bin hier am Krankenwagen. Ja. Ja, definitiv. Dann gehen wir jetzt in den Supermarkt. Ah, hinten ist nix. Da ist auch nix. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Ich... Check mal das Polizeiauto. Du hast Ahnung jetzt auch. Ja. Weiter, äh... Ich geh jetzt erstmal in Kien, dann kannst du dort da runterladen. Ja, das war immer. Dann melde ich mich bei dir, sobald ich fertig bin. Ähm... Such mal nur einen gescheiten Platz zum Ausloggen. Ja, wo wollen wir uns ausloggen? Am besten nach der Zeit. Vielleicht da oben am Berg oder so. Ja, genau. Ich leg mich ja auch jetzt hin, unter der Tanne und dann geht's ab. Dann sag ich ja schon mal... Tschüss und so. Ich spüle doch.